Das ist auf keinen Fall ein Thema, weil danach noch genügend Spiele sind. Wir haben die ganze Rückrunde vor uns, also ist die Meisterschaft oder irgendwas anderes noch überhaupt nicht entschieden, weil, wie gesagt, es noch genügend Spiele sind. Ich möchte die ganz gelassen, glaube ich. Wir können locker ins Spiel gehen. Die Bayern spielen eine überragende Saison, aber in einem Spiel können wir die schlagen und das haben wir natürlich vor. Wenn wir unser Ding durchziehen, wenn wir kompakt stehen, wenn wir unser Fußball zeigen und mit den Fans im Rücken zu Hause können wir, glaube ich, jeden Gegner schlagen. Er ist ein Weltklasse-Spieler. Ich freue mich drauf und ich werde mich in ihren Zweikampf werfen und ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ich weiß, was er kann und was er macht und natürlich bin ich vorgewarnt und ich werde alles raushauen. Natürlich freue ich mich drauf. Ja, wir sind in Kontaktschreiben regelmäßig und ich freue mich drauf und ja, endlich ist er wieder in Dortmund. Ja, Jürgen Klopp hat eine Riesenbedeutung für unsere Mannschaft, was der für eine Arbeit geleistet hat in den letzten Jahren, hat man ja gesehen und er hat uns alle nach vorne gebracht und er wird uns natürlich pushen für das Spiel, uns heiß machen und uns gut vorbereiten und ja, Pep ist so ein Weltklasse-Trainer, brauchen wir auch nicht drum herum reden und hat eine gute Arbeit bis jetzt gemacht in München. Bundesliga aktuell, von Montag bis Freitag, immer 18.30 Uhr auf Sport1.